Sagen, hier haben wir den nächsten Henker rein, zack, dann könnten wir das Ganze jetzt theoretisch ja immer poisonen. Der Loon wird natürlich jetzt hier gleich mit Loon reingehen, klar, poison jetzt das Ganze einmal rein, let's go. Schmier mal so, Nado hier rein, damit hier auch entsprechend nichts passiert. Jetzt schaut euch diesen Henker an, vorher der Henker zerstört einfach mal komplett alles weg. Der Loon kommt rein, der Loon spawnt schon gefühlt nur noch mit halbem Leben. Jetzt machen wir diesen hier und wir haben natürlich direkt wieder den nächsten Nado. Der Gietner wollte uns jetzt hier irgendwie gefährlich werden, klappt aber natürlich absolut gar nicht. Jetzt gehen wir nochmal rein, vorher die letzten 10 Sekunden des Scans, zack, gehen einfach nochmal rein, hauen den Poison rauf und im Prinzip sollte das Ganze eigentlich reichen, genau, der Gietner könnte jetzt hier nochmal versuchen, irgendwie dem, oh mein Gott, ich seh den Henker, ich seh den Henker, 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 oh mein Gott, so ist das für ein krankes Game und das schreibt ihr, wow, und das war der Beweis, warum diese Karte komplett broken ist.